Aber dann, aber dann, hintet kackt die Ente. Das sag ich dir aber. Das muss man auch verinnerlichen eigentlich. Das sag ich unseren Gegnern da erstmal, dass hinten die Ente kackt. Moin moin, nicht verzagen, hinten kackt die Ente, ne? Die Ente, the duck shits behind his ass. Was? Shit. Weißt du, das soll Übersetzung mit, ja, das wird nicht geregelt.